Kroos, Alaba und jetzt Serge Gnabry. Laut den Infos unserer Goal-Reporter aus Spanien wird ein Wechsel von Gnabry zu Real Madrid immer konkreter. Der Nationalspieler steht bei den Königlichen hoch im Kurs und auch Gnabry selbst steht einem Wechsel offen gegenüber. Und jetzt, da Mbappé abgesagt hat, muss Real natürlich nachlegen. Bale und Isco verlassen den Klub, Mariano Diaz und Luka Jovic dürfen gehen und die Zukunft von Marco Asensio ist auch ungewiss. Gnabry will sie die Lücke schließen und könnte den deutschsprachigen Block um Kroos, Alaba und bald Rüdiger nochmal verstärken. Dass Gnabry bei den Bayern verlängert, dafür gibt es gerade keine Anzeichen und noch einen Spieler ablösefrei verlieren, das wollen die Bayern wahrscheinlich auch nicht. Laut der Bild wären die Bosse ab einer Summe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit. Wie gesagt, Mbappé hat abgesagt, das Geld dafür hätte Real.